Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Ich sitze mit meinem Kumpel im Bus und weil er Mist redet, nenne ich ihn einen Affen. Kommt eine Frau zu mir und meint, mich als Nazi zu betiteln, weil ich meinen schwarzen Kumpel einen Affen nenne. Haut der eiskalt raus, wie reden Sie bitte mit meinem Besitzer? Ironie lässt sich am besten durch 15-jährige Mütter erklären, die Hüllen für ihre iPhones haben. Ich verstehe das nicht. Ja, weil sie ihre iPhones schützen, aber mit Sex nehmen sie keinen Schutz. Ach so, ja, das ist lustig. Wenn man einer Person auf den Fuß tritt, dann öffnet sie sofort ihren Mund. Ist ja genauso wie bei meinem Mülleimer zu Hause. Wenn man sich aufs Klo setzt, verbindet man seinen Arsch mit einem riesigen Netzwerk von verbundenen Ärschen. Wie im Bundestag. Wie im Bundestag. Die Behauptung, Loch ist Loch, stimmt vorne und hinten nicht. Habe gerade Kleingeld gefunden, das mir beim letzten Sex aus der Hosentasche gefallen ist. Immerhin 3D-Mark. Früh aufstehen ist wie Sex. Man stöhnt viel, ist schnell erschöpft und kriegt Ärger, wenn man dabei einschläft. Vor 4 Wochen habe ich das Buch Geld verdienen durch Betrug online gekauft. Das kam bis heute noch nicht an. Das ist genau wie das Buch Leben mit 4 Euro am Tag. Es kostet 10 Euro. Deine Mutter, bester Mann. Früher war wirklich alles leichter. Ich zum Beispiel. Bei einem Kompromiss verlieren beide. Wenn wir es so machen, wie ich es will, dann verliert nur einer. Das ist viel besser. Theorie ist meistens unmöglich, aber Praxis ist theoretisch nicht durchführbar. Wenn die Zähne weg sind, dann hat die Zunge freies Spiel. Das macht mich ein bisschen geil. Hat die wirklich keine Zähne oder ist das verarbeitet? Das weiß ich nicht. Meine Frau ist so eifersüchtig, dass sie mit auf meinem Ausweisfoto ist. Passt zu meiner Ex. Mit deinen Kinderfotos heilt man Pädophile. Wozu Schmetterlinge im Bauch haben, wenn ein gut durchgebratenes Schnitzel doch viel besser schmeckt? Wenn Lea bei einem Musiclabel unterschreibt, ist das dann ein Lea-Sing-Vertrag? Ihr könnt einmal tauschen, wenn ihr wollt. Hallo, meine Damen und Herren, ich freue mich, keine Lehrenden. Kann mir jemand einen Bellewart einlassen? Wenn man im Auto Bremse und Gas gleichzeitig drückt, dann macht das Auto einen Screenshot. Babys immer bei 90 Grad waschen, dann bleiben sie klein und niedlich. Was macht eine Blondine morgens mit ihrem Arsch? Sie schmiert ihm zwei Brote und schickt ihn dann zur Arbeit. Mann mit Netflix sucht Frauen mit Pizza. Wir haben den Krieg verloren. Hoffentlich finden wir ihn nicht wieder. Ich bin schon ganz aufgeregt, was ich heute als erstes Scheiße finden werde. Ich wundere mich immer wieder, wie viel Müdigkeit in meinen Körper reinpasst. Ich, 26, suche Zimmerpflanze, die auch mal ein Jahr ohne mich auskommt. Ich hatte mal eine Zimmerpflanze in Remscheid. Wir hatten sie zu zweit, meine Ex-Freundin und ich, und sie ist gestorben. Ich habe mal überlegt, ob ich mal Kinder haben will, aber ich habe es nicht mal mit einer Pflanze geschafft. Hier im Hotel sind auch noch andere Gäste. Sehr unangenehm. Zwei von fünf Sternen. Und der Kommentar der Woche aus Folge 203 ist von Affe mit Waffe. Axel Voskopf, Tierfutter auf X-Hamster. Ja, und klick dann auch auf die Werbung von den reifen Hausfrauen. Schreibe auch du einen Kommentar, um vielleicht Kommentar der Woche Folge 204 zu werden. Haut raus, bis nächste Woche. Daumen hoch und like und abonnier, like und abonnier, YouTuber. Daumen hoch und like und abonnier, like und abonnier, YouTuber.